Jetzt einmal angenommen, Sie haben der Simone nicht den Schädel eingeschlagen. Dann haben Sie ja sicher eine Liebe, oder? Ja, servus, Herr Polizist. Sind Sie echt oder hat mir jemand einen Stripper spendiert? Nein, wir sind echt. Und wir sind wegen Ihrem Mann da. Okay, was hast denn jetzt schon wieder angestellt, Hanni? Nichts. Der Mann treibt mich noch in den Wahnsinn. Ist er wieder mit knapp 100 durch die Spielstraße vom Kindergarten brettert? Aber das... Darf ich bitte ausreden, Hanni? Danke. Aber... So. Ich hab jetzt die Faxen dicke. Ich verkaufe den Porsche. Schauen Sie ihn doch einmal an. Mit der Wampen kommt er kaum noch rein in sein Porsche. Geschweige denn wieder raus. Seit zwölf Jahren ist mein Hanni-Line jetzt in der Midlife-Kreises. Ich sag's Ihnen, ich mach drei Kreuze, wenn das endlich vorbei ist. Hm.